Hi! Es ist wieder Samstag und somit willkommen zu einer neuen Lesung. Mein Name ist Danielle und jeden Samstag setze ich mich vor das Kaminfeuer und lese ein Stück aus einem neuen Buch vor. Dienstags findest du hier auf diesem Kanal gruselige Kurzgeschichten. Hör doch mal rein. Wenn dir das Format gefällt, vergesst nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben und abonnier diesen Kanal. Diese Woche starten wir los mit dem Whisky-Ballett von Peter Fassbender. Ich freue mich. Legen wir los! Whisky-Ballett von Peter Fassbender Kapitel 5 Langsam öffnet er die Augen und blinzelt dem kalten Licht der Leuchtstoffröhren entgegen. Wo bin ich? Timo Brenner schaut auf einen weißgekleideten Mann, auf Apparaturen und Maschinen, mit denen er durch Schläuche und Kabel verbunden ist. Sie sind im Krankenhaus der heiligen Fabiola von Rom in Münstadt und ich bin Oberarzt Dr. Weiß. Sie sind im Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen. Aktuell haben Sie relativ große Chancen, die Sache zu überstehen. Ob Ihrem Körper noch mehr Schaden angerichtet wurde, müssen wir im Rahmen von weiteren Untersuchungen klären. Brenner schaut Dr. Weiß mit großen Augen an. Ich erinnere mich nur, dass ich auf dem Heimweg war. Jetzt bin ich hier. Was ist denn passiert? Ein Unfall? Sie haben eine beträchtliche Dosis Thalium abbekommen, die für die meisten Menschen schon tödlich wäre. Man könnte sich fast genötigt sehen, zu sagen, noch mal Glück gehabt. Haben Sie beruflich mit dem Stoff zu tun? Womit? Mit Thalium? Was ist das überhaupt? Ah ja, also nicht. Thalium ist ein Metall. Ein extrem giftiges Metall. Zum Glück gibt es ein Gegenmittel, wenn man die Vergiftung frühzeitig erkennt. Wie kann denn das passieren? Oder glauben Sie etwa, jemand hat mich vergiftet? fragt Brenner. Wenn Sie mit Thalium sonst keinen Kontakt haben, dann ist das nach Lage der Dinge die wahrscheinlichste Option. Dr. Weiß kritzelt in die Krankenakte. Einen dummen Zufall kann man nie ausschließen. Die Menschen gehen zugegebenermaßen manchmal recht sorglos mit Giftstoffen um. Dr. Weiß blickt auf. Oder kennen Sie jemanden, der Interesse daran hat, Sie über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen elendig verrecken zu lassen? Was? Wieso denn das? kreischt Brenner. Sagen wir mal so, Thalium ist nicht der Stoff, den man einem guten Freund gibt, um ihn schnell von seinem Leiden zu erlösen. Aber das wird die Polizei sicherlich noch eingehend mit Ihnen besprechen. In solchen Fällen sind wir verpflichtet, umgehend die entsprechenden Behörden zu informieren. Timo Brenner dreht wortlos den Kopf auf dem Kissen weg von Dr. Weiß. Ja, ruhen Sie sich weiter aus. Es war eine harte Zeit für Ihren Körper, sagt der Doktor. Das wird schon werden. Sie scheinen eine überaus gute Kondition zu haben. Sonst lägen Sie längst den Keller in einem Kühlfach. Er klopft Brenner leicht auf die Schulter. Eine Schwester wird Ihnen gleich noch Medikamente bringen. Ich sehe später noch einmal nach Ihnen. Kapitel 6 Auf einem verschlissenen Besucherstuhl vor Sarahs Büro breitet sich ein aufgeplustertes, buntes Etwas aus. Eine stämmige Frau, wohl weit in den Fünfzigern. Eingehüllt in eine Art afrikanische Tracht. Ganz ortsunüblich, übermäßig, farbenprächtig und im krassen Kontrast zu der rosig-glänzenden Haut. Den groben Wollsocken und den schwarzen Gummisandalen. Die Zweigstelle der Kleiderkammer vom Roten Kreuz ist im Erdgeschoss. Der Zugang ist von der Straße aus. Sarah stellt Kaffee und Brötchen auf einen freien Stuhl ab, holt den Schlüssel aus der Tasche und schließt ihr Büro auf. Es hängt ein großes Schild davor, kaum zu übersehen. Wie bitte? fragt die Frau sichtlich irritiert. Sarah stutzt. Können Sie mich verstehen? fragt sie sehr langsam. Was soll denn diese komische Fragerei? Sind Sie nicht Frau Maloney? erwidert die farbenfrohe Dame. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Soll ich jemanden für Sie holen oder anrufen? Nein, natürlich nicht. Ich bin Ricenza Utilia Schmitzlein Itana vom Zoll. Wir haben seit nunmehr zwei Minuten einen Termin. Sie tippt zur Bekräftigung auf das Zifferblatt ihrer Uhr mit dem Holzgehäuse und dem Kornarmband. Ah, seit zwei Minuten, sagt Sarah. Wie doch die Zeit verfliegt. Dann sputen wir uns, damit wir alles zügig erledigt bekommen. Wir wollen Sie ja nicht allzu lange aufhalten hier und vielleicht möchten Sie ja doch noch in die Kleiderkammer. Die sollen zum Teil ganz schöne Sachen haben, jedenfalls Schöneres als, naja, egal. Schmitzlein Itana folgt Sarah unaufgefordert in das Büro und bleibt zu dessen eingehender Musterung erst einmal stehen. Würdigt die Wände mit Postern vom irischen Touristikverband und der Flagge der grünen Insel sowie den Aktenbock, auf dem sich eine Art Altar erhebt. Eine mittelgroße Bischofsfigur mit einem Kleeblatt in der Hand. Sie pflegen hier in der Behörde offenkundig einen eher legeren Umgang mit der Büroraumgestaltung. Sarah zuckt mit den Achseln und setzt sich. Es hat sich bisher keiner beschwert, zumindest nicht über das Interieur. Sie reißt die Tüte mit den Zwiebelmettbrötchen auf. Die Luft im Büro nimmt schlagartig den Geruch der Verpflegung an. Sie sind Fleischesser? Stellt die immer noch stehende Schmitzlein Itana mit angewidertem Gesichtsausdruck fest. Im Gegensatz zu Ihnen ernähre ich mich streng vegan. Dann brauche ich Ihnen ja verbundlich kein Brötchen anzubieten. Um Himmels Willen, nein! Letztendlich sind das Mett und die Butter auch nichts anderes als veredeltes Grünzeug. Und die Zwiebeln sind voll vegan. Aus ihrem Schreibtisch holt Sarah winzige Streuer mit Pfeffer und Salz, würzt die Brötchen helfen mit Passion nach, um dann mit der gebotenen Ruhe der Genießerin hineinzubeißen. Das krosse Bäckerbrötchen zerbirst, krachend. Einige Krümel schneien auf den Tisch. Ein wohliges Mhhm ist dabei zu vernehmen. Was gibt es Schöneres, um den jungen Tag zu starten? Schmitzlein Itana schaut zunächst sprachlos und starr der Verspeisung zu. Frau Maloney, meint sie dann, ich sehe keinerlei Alternative. Es lässt sich unmöglich umgehen, ein paar Regeln festzustellen, da wir gezwungen sind, die nächste Zeit in diesem Raum als Team zusammenzuarbeiten. Das ist ja keinem mitfühlenden Menschen zuzumuten, hier mit anzusehen, wie jemand rohes Fleisch hinunterschlingt. Schmitzlein Itana schüttelt angewidert den Kopf. Wie ein wildes Tier! Sarah legt konsterniert den Rest des Brötchens ab. Wie ein wildes Tier? Und von welchem Team fasern sie da? fragt sie und springt auf. Ich weiß nichts von einem Team und hier in meinem Büro schon mal gar nicht. Schmitzlein Itana stemmt die Fäuste in die Seiten und steht breitbeinig im Raum. Das wurde im Vorfeld alles mit ihrer Dienststelle abgestimmt. Mein Schreibtisch, die Akten etc. sind schon auf dem Weg hierher. Zum Glück ist ja in diesem Zimmer genügend Platz. Zumindest, wenn dieser schäbige Besuchertisch erst einmal raus ist. Das werden wir noch sehen. Sarah hüpft mit einer eleganten Drehung hoch und kommt auf dem Tisch zum Sitzen. Dort hockt sie wie eine wehrhafte und wachsame Glucke auf ihrem Nest. Aus Schmitzlein Itanas Handtasche erklingt eine Bachkantate. Sie nestelt an ihrer Tasche und kramt das Smartphone heraus. Hallo! Ach, Sie sind schon da? Wunderbar, das ging ja sehr zügig. Ich springe gleich runter und hole Sie ab. Sarah eilt zum Fenster, öffnet es und deutet hinaus. Bitte, nur zu. Das ist der schnellste Weg nach unten. Danke für das Angebot, aber ich nehme doch lieber die Treppe. Meine Sachen sind da. Ich gehe dann mal schnell die Möbelpacker in Empfang nehmen. Mit watschelnden Schritten buxiert sie ihren wohlbeleibten Körper aus dem Büro. Sarah verlässt ebenfalls den Raum, schließt die Tür sorgfältig ab und stürmt über den Gang. Kapitel 17 Im Kofferraum seines Kleinwagens verstaut er die kreuz- und querliegenden Einkäufe in eine Klappbox. Guten Tag, Herr Wichter! Aufgeschreckt knallt er mit dem Kopf gegen die Heckklappe und dreht sich um. Ja, hallo? Er reibt sich den Kopf. Wie geht es denn Ihren Eltern? Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Wichter nimmt die Box aus dem Wagen. Wie das Leben so spielt. Man wohnt quasi nebeneinander und sieht sich doch nicht. Und sonst wo in der Fremde läuft man zufällig Bekannten über den Weg. Ja, Sie haben recht. Schade, dass Sie nicht mehr hier wohnen. So ein netter, ruhiger und anständiger junger Mann. Dazu Beamter. Wenn ich daran denke, wie schön Sie früher mit unserer Karin gespielt haben. Wichter schaut auf die Uhr. Ich muss schnell wieder rein und dann auch wieder zum Dienst. Bis bald mal und angenehmen Nachmittag noch. Kommen Sie doch mal vorbei. Karin würde sich ganz bestimmt freuen. Wichter eilt, ohne sich umzuschauen, zum Haus. Schließt die Tür auf, schlüpft hinein und schiebt die Tür mit einem Tritt flachs wieder zu. Hallo, hallo, liebe Eltern. Euer Sohn ist wieder da. Kräte im Flur. Schon wieder den ganzen Tag vor dem Fernseher? Scheint ein fesselndes Programm zu sein. Wichter trägt die Einkäufe in die Küche und verstaut sie dort. Soll ich was kochen? Oder wollt ihr was Kaltes? Lieber ein paar Schnittchen? Also Schnittchen? Er toastet einige Scheiben Brot, verteilt großzügig Butter darauf und belegt die Brotscheiben mit Wurst und Käse. Auf einer Porzellanplatte richtet er das Mahl an und verziert alles mit einigen in Fächern geschnittenen Cornichons. So, schaut mal, was ich euch hier bringe. Im Wohnzimmer auf dem Couchtisch stehen zwei Teller umwimmelt von Fliegen. Wichter dreht sich zu den beiden auf dem flimmernden Fernseher in ausgerichteten Sesseln. Habt ihr schon wieder nichts gegessen? Was soll ich bloß mit euch machen? Die Fliegen schwirren hoch, als er die Teller vom Tisch nimmt. Die frischen Speisen werden umgehend zur neuen Landebahn. Dann lasst euch mal schmecken. Ich muss wieder los. Bis morgen. Er scheucht die Fliegen aus seinem Gesicht, wirft das alte Essen in den Abfall, faltet die leere Klappbox zusammen und verlässt das Haus. Kapitel 28 Eine wunderschöne guten Tag wünsche ich. Arian Wichter zieht einen Aktentrolli hinter sich her. Herr Wichter, ich freue mich, Sie zu sehen. Schmitzlein Itana tritt ihm entgegen und schüttelt seine Hand. Was bringen Sie mir denn? Sie sind ja schwer beladen. Sie deutet mit einer Hand auf einen der Besucherstühle und gießt ihm einen Tee ein. Danke. Er setzt sich. Wie gewünscht habe ich heute Frau Moloni so diskret wie möglich durchleuchtet. Er zieht eine Aktenmappe aus dem Trolli heraus. Sie führt keinen extravaganten Lebenswandel. Zwei Zimmerwohnungen zur Miete und eine Hütte im Schrebergarten. Nichts, was auf einen Mittelzufluss aus illegalen Geschäften, Bestechungen oder Ähnlichem schließen lässt. Sie ist ja eine recht ansehnliche Person. Bitte? Fährt Schmitzlein Itana dazwischen. Trotz ihrer weiblichen Reize. Wichter! Mäßigen Sie sich. Ich habe Sie nicht auf Brautschau geschickt. Was ich brauche, sind Fakten, Fakten, Fakten. Ja, genau, also, trotz... Er schaut Schmitzlein Itana mit gerunzelter Stirn an. Also trotz allem zieht sie oft mit ihren männlichen Kumpanen durch die Kneipen. Sie ist halt keine Prinzessin und spielt lieber mit den Jungs. Bei der Spirits OG kauft sie oft ein. Darüber hinaus scheint es keine relevanten Kontakte zu geben. Auch nicht von anderen Bediensteten der Kriminalbehörde zu diesem Geschäft oder zu seinem Inhaber. Die dort erworbenen Gerätschaften lassen sicherlich die grundlegende Vermutung zu, dass Frau Maloney an der Herstellung von Alkohol interessiert sein könnte. Entlastend ist natürlich, dass es auch gesetzeskonforme Einsatzmöglichkeiten für die entstandene Anlage gibt. Die beschafften Rohstoffe schließen die Herstellung von geringen Mengen Alkohol nicht aus. Mehr ist aber faktisch nicht darstellbar. Alles andere wäre reine Spekulation. Gegebenenfalls wäre eine ausführliche Beratung von Frau Maloney angebracht, wie man ihre unklaren Freizeitbeschäftigungen eventuell rechtskonform gestalten kann. Er nimmt einen kräftigen Schluck aus der Teetasse. Schmitzlein Itana schenkt ihm sogleich nach. Danke, Wichter. Aber für eine Polizeibeamtin ist das absolut inakzeptabel. Allein schon der Verdacht auf solche illegalen Tätigkeiten darf nicht einfach hingenommen werden. Selbst wenn sie eine Passion für Alkohol entwickelt hat, wobei Sucht wohl eher der richtigere Begriff ist, berechtigt sie das nicht, sich über die Gesetze zu stellen. Ganz im Gegenteil, für eine Gesetzeshüterin müssen die Spielregeln besonders eng ausgelegt werden. Und eine Polizistin, die sich bei derart groben Verfehlungen auf Unwissenheit berufen will, ist lächerlich. Genauso wie eine dahingehende Vermutung, hier kann es nur Einschluss geben. Vorsatz So, da sind wir am Ende der Leseprobe. Und das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Whisky Ballett von Peter Fassbender. Ich wünsche euch einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen guten Tag, wann immer ihr das auch hört. Und sage, bis nächste Woche oder bis Dienstag. Am Dienstag würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es gibt eine Gruselgeschichte, eine Horrorgeschichte. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Und ja, schaltet mal rein. Bis dahin, eure Danielle. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020